Berlin, Deutsche Presseagentur, Minis die Verkehrsunternehmen in Deutschland arbeiten unter Hochdruck an der Umsetzung des 9-Euro-Monats-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, das am 1. Juni starten und bundesweit gelten soll. Ziel ist es, dass danach viele der neuen Kundinnen und Kunden bei uns bleiben, sagte Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV Minis am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. Die Aktion soll möglichst kein Strohfeuer bleiben. Das 9-Euro-Monats-Ticket soll vom 1. Juni bis Ende August gelten und zwar monatscharf, das bedeutet, wenn jemand das Ticket zum Beispiel Mitte Juni kauft gilt es bis Ende Juni. Es gilt auch für den Regionalverkehr nicht aber für den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Es wird ein großes Experiment für Abonnentinnen und Abonnenten etwa von Monats-Tickets soll es laut VDV einen Treuebonus geben. Abo-Kunden sollen sich um nichts kümmern müssen. Das 9-Euro-Monats-Ticket soll verrechnet werden, über eine Verringerung des Bankeinzugs oder eine Erstattung. Für Neukunden soll das Ticket ein Schnuppe-Ticket sein. Sie sollen sofern sie dem Zustimmen von den Verkehrsunternehmen Anschlussangebote bekommen. Punkt der Verkauf des günstigen Tickets soll den Angaben nach in erster Linie über die Unternehmen vor Ort laufen. Punkt der VDV rechnen nach einer ersten vorsichtigen Schätzung damit, dass insgesamt 30 Millionen alte und neue Fahrgäste das Ticket nutzen werden, sagte Wolf. Es ist ein großes Experiment. Das Geld für die Aktion müsse vor dem Start bei den Unternehmen und Verbünden sein. Der Bund hat dazu gesagt, die Kosten von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zu übernehmen. Die Länder fordern darüber hinaus weitere Milliardenhilfen für die Verkehrsunternehmen, um etwa Kostensteigerungen bei Energiepreisen ausgleichen zu können. Punkt Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 2 204 139 und 90 90 5 7 6 7 4